Die nächsten zwei Tage verbringen wir beim Rano Mafana Nationalpark. Er ist mit über 40.000 Hektar das drittgrößte Naturschutzgebiet in Madagaskar und darf nur in Begleitung ausgebildeter Waldführer betreten werden. In diesem subtropischen Bergwald gedeiht eine Vielzahl einzigartiger Pflanzen. Es ist zugleich ein Rückzugsgebiet für verschiedene Arten von Lemuren, Vögeln und Schmetterlingen. Noch 1986 wurde hier von einem deutschen Biologen eine bis dahin unbekannte Lemurenart entdeckt, der goldene Bambuslemur. Der erste Lemur, auf den wir stoßen, ist ein Mohrenmaki. Wegen des dichten Unterholzes ist es aber mehr als schwierig, ihn vor die Kamera zu bekommen. Es ist auffällig, dass die Lemuren in diesem Schutzgebiet wesentlich scheuer sind als etwa im Anja Reservat. Am Spätnachmittag machen wir einen Einkaufsbummel durch die Kleinstadt Rano Mafana und kaufen Vanille und andere Souvenirs ein. Da viele einheimische Tiere nachtaktiv sind, machen wir uns am Abend zu einem weiteren Pirschgang auf. In der Nacht sind die Wanderwege im Nationalpark vernünftigerweise seit einigen Jahren für Touristen gesperrt. Aber selbst bei einem Spaziergang entlang der Straße, die durch den Nationalpark führt, bekommt man jede Menge von kleinen Lebewesen vor die Kamera. Viele davon sind endemisch und kommen nur auf Madagaskar vor, wie zum Beispiel die Chameleons. Am folgenden Tag verlassen wir Rano Mafana. Aber wir machen noch einige Aufnahmen an den Wasserfällen des Namoruna. Dann geht die Fahrt weiter nach Ambawalao. Südwestlich davon liegt das Anja Reservat. Es wird von den lokalen Dorfgemeinschaften unterhalten, die so den Tourismus in diesem Gebiet fördern wollen. Die ganze Region galt den hier lebenden Bezileo schon vorher als religiöser Kraftplatz. Und die Jagd auf Lemuren war feidi, das heißt tabu. Hier gibt es eine große Zahl von Katas, die sich auch durch unsere Anwesenheit nicht weiter stören lassen. Sie wissen wohl, dass sie tabu sind. Das ist ja schon beendet. Sie leuchten auf. Zum Abschluss unserer Wanderung erklimmen wir eine der Felskuppen. Wir stehen auf Gesteinen des alten präkambrischen Sockels, die das Hochland Madagaskars bilden, nach Westen hin in die Tiefe abfallen und von mesozoischen Schichten überlagert werden. Die Gebirgsbildung der Sockelgesteine begann vor mehr als 2,5 Milliarden Jahren. Allerdings wurden die meisten Schichten vielfach gefaltet und metamorph überformt. Die Katas, die sich in einem Feigenbaum den Bauch vollschlagen, kümmern Geologie und Landschaft wenig. Aber die aride Landschaft zeigt auch, dass es sicherlich sinnvoll für die Bewohner dieser Region ist, mehr auf den Tourismus und weniger auf die Landwirtschaft zu setzen.